Julian Engels, 29, nimmt seine Frau auf den Arm. Im Mai 2021 heiratete der Fußballspieler seine Partnerin Sarah Engels, 30. Im selben Jahr krönten sie ihr Liebesglück mit ihrer ersten gemeinsamen Tochter Solea Liana. Auf Instagram spricht das Paar über seine Familie. Dabei geht es auch oft um ernstere Themen. Doch jetzt war Julian offenbar nach Lachen zumute. Er verräppelte Sarah mit einem Face-Filter. Julian filmte seine Frau beim Essen und stellte die Aufnahme auf Instagram. Doch das Gesicht der Sängerin sieht in dem Video völlig verändert aus. Der Sportler benutzte einen Face-Filter, der auf Sarahs Gesicht aufgespritzte Lippen und eine glatt gebügelte Haut zauberte. Du siehst richtig gut aus, Schatz. Mein hübscher Schatz, lachte sich Julian kaputt, während er die 30-Jährige filmte. Sarah bemerkte da schon, dass etwas im Busch ist und nahm das Kompliment gar nicht erst an. Es hat einen bitteren Beigeschmack, irgendwas willst du von mir, vermutete die Zweifach-Mama. Ich will gar nichts, Schatz, nur ganz viel Liebe, witzelte Julian darauf hin. Ich will gar nichts, Schatz, nur ganz viel Liebe, witzelte Julian darauf hin. Ich will gar nichts, Schatz, nur ganz viel Liebe, witzelte Julian darauf hin. Ich will gar nichts, Schatz, nur ganz viel Liebe, witzelte Julian darauf hin.